Cholestus Cholestus sammelte zunächst über 25 Siege in Springpferdeprüfungen inklusive des Titels Westfalen Champion und platzierte sich beim Bundeschampionats an achter Stelle. Unter Ludger Baerbaum kamen Platzierungen bei den CSI-Fünf-Stern-Turnieren von Hongkong und Paris, den Weltcup-Turnieren von Verona, Madrid und Stuttgart sowie der Global Champions Tour von Antwerpen, Hamburg und Shanghai hinzu. Mit Christian Kuckuck im Sattel stand Cholestus in den großen Preisen von Dortmund, Hagen, London, Oldenburg, Frankfurt, Stuttgart und Riesenbeck sowie im Weltcup-Springen von Posen mit vorn. 2018 wurde Cholestus als DSP-Elitehengst ausgezeichnet. Nach Gold bei den Fünfjährigen gewann die Cholestus-Tochter Chili 2018 Silber bei der WM der Sechsjährigen Springpferde in Lanarkin. Zu den zehn gekürten Söhnen gehören noch der Landesschampionatsdritte Col Portas und der DSP-Hengst Cascais. 18 staatsprämierte Töchter stehen zu Buche wie die OS-Reservesiegerstute Rilana. In Pferden gewann ein Cholestus-Nachkomme seine Abteilung beim Hannoveraner Freispringschampionats. Auf Wiedersehen. Bei Colesto stehen die Topvererber Kornetobolensky, Staccato, Pilot und Durchlaucht in direkter Folge. Eng verwandt sind die gekürten Hengste Kornauer, Harry Potter und Castell. Untertitelung des ZDF für funk, 2017